Oder so. Diese Nistkästen, das sind Halbhöhlen-Nistkästen oder so, keine Ahnung wie die heißen. Die sind vorne offen, seht ihr das? Da gehen Vögel rein, die keinen Bock auf eine Höhle haben. Also es gibt ja nicht alle Vogelarten Nisten, die an Höhlen. Das Ding ist jetzt, die meisten Leute hängen Nistkasten auf mit so einem Loch drin. Und die ganzen Vögel, die in diesen offenen Kästen wohnen, die haben dann gar kein Zuhause, weil wir kümmern uns ja nur um diese, um die Vögel mit den... Boah, hier ist Scheiße. Weil wir ja nur diese normalen Nistkästen aufhängen. Deswegen, checkt das mal aus. Ui, da. Digga, haben die den zugeschissen? Wie unhygienisch kann man denn bitte sein? Stellt euch mal vor, ihr wohnt da drin, Alter, und scheißt euren Eingang so zu. Stache sind richtige Assis. Und hier zum Beispiel, hier kommt jetzt das Nest raus. Hä? Die haben da ja Blätter reingemacht. Boah, ich bin voll mit dem Gesicht da drin hier. Ja, so sieht es von innen aus. Wenn ihr euch mit dem Thema mal ein bisschen beschäftigen wollt, ich habe auf meiner Webseite, links in der Bio, einen Haufen Links und Dokus und alles an Wissen, was ich so gefunden habe und was ich mir reingezogen habe, zusammengetragen.